ja moin und wir kommen zu 2 da ist es wieder da endlich auch ägypter sein vor allen dingen pharao katsch nato wir brauchen das schon wieder so komisch richtig alter wie riesig ist diese map der könnte gut für uns sein uns fehlen mineralien wie er los geht nicht dafür brauchen wir mehr mineralien ich weiß nicht wie er hieß das weiß ich nicht nur ist doch gerade mit gröner angefangen ihr könnt euch den rest vom gag denken ich weiß noch was das für die map war die haben auch schon mal gespielt war die gut nee das war aber glaube ich damals nicht mit mit mineral sondern mit rocks oder kann das sein oder ist sie nur ähnlich nicht ob die so ähnlich zu der ich dachte dieses sind schon wieder so nah beieinander hier das mag ich nicht halten sie abstand ich brauche jetzt quasi mein pool in deinem gas schon so halb wir sind eins hallo 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 wieder lauter geworden nach dem neuen stück leider ist ja gut jetzt schrei doch nicht so wenn wir auch keine sagen dass das mikro immer gleich muss das ist das gleiche ja aber du hast immer mal das im mund und mal das ist auf dem ohr sitzen oder mineralien uns fehlen mineralien wir brauchen mehr mineralien wir brauchen mehr mineralien geht nicht dafür haben wir gehen ab die energie und dritten wollten der power wenn das so jahr sehen oder aber habe ich auch nicht gesehen das fehlen mineralien nicht genug von diesen overlords das ist aber auch okay in einer schlimmsten form oder ich was bei das sind für den move zahl und ich habe nicht gekriegt warum nicht man preise sich stark kreft zwei steuerung da kann ich eine lkw dass wir das layout hier wir brauchen mehr dafür reicht die energie nicht wir brauchen mehr mineralien uns fehlt energie uns fehlen die evolution hier ist da kommt er ich bin konsequent an mir vorbeigelaufen er hat mehr als ich obwohl ich ganz viele dinge zum höheren gebaut haben wenn du auch gleich welche hättest da kann man aus den luten dafür relativ catchy dafür dass es nicht so ein buch ist eigentlich ja ich kann auch nicht hier machen wir brauchen mehr overlords dafür wie und warum genau da bin ich was da sieht nicht so gut aus wie ich brauche und wir haben zwei rams das habe ich jetzt erst gemerkt wenn man den stalker von hinten ab wenn die stalker fange ich gerade ab und ich habe jetzt ein mailing die change unsere basis wird in die zange genommen ja nicht stehen bleiben die aggression ist noch nicht vorbei deine truppen werden angegriffen unsere basis wird dafür unsere truppen werden in die mangel genommen nicht genug von diesen aber das gefühl dass es nicht so gut gelaufen für uns wie kommen sie auf solch ein gefühl auch intuition nennt man sowas aber das beinig und er nicht das ist toll ja aber dafür machen sachen deine truppen werden angegriffen und angreifen stehen bleiben ich habe mir seine geilen keyboard sachen angeguckt oder was auch immer das ist ich habe gemerkt dass du nicht aufgepasst hast aber auch ein geiles lied noch besser als das zernieres lied finde ich ich glaube das hätte schon in dem jahr das ist ja hier im schwarm klaster wenn ich jetzt Ich glaube, er ist eben gut. I can't wait to know. Ein Mineralien-Cluster ist erschöpft. More passion. More energy. More energy. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Autsch. Aber wir haben ja schon mal Strom ausfallen. Wo ist der denn ein Tank? Das ist dein Tank. Ich dachte gerade Tanks und du hast Tanks und du rufst Autsch. Ja, was soll ich denn da wohl denken? Wenn Autsch habe ich gerufen, habe ich mal die Bände rufen. Das war auch nicht so geil. Oh, Windmaschine. Nein, das ist elektrostatische Entladung. Baby, I can't wait to know. Wir haben auch eine Choreo, ja? Das stimmt, mein Kopfhörer löst sich auf. Ja, das machen wir immer. Ah, Choreo noch mehr. Kamera. Kamera kommt doch mal nicht ganz hinterher. Wir brauchen mehr Mineralien. Geht nicht. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Hat so ein bisschen was von Persona. Geht nicht. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Geht nicht. Wir brauchen mehr Mineralien. Der Feuerwehr kommt. Dies ist bei ihrem zweiten Auftritt. Geiles Lied. Ich finde es auch besser als das, womit sie dann beim 21 aufgetreten sind. Ja, ich gebe dir mal eine zwei. Das ist nicht so, dass man sagen müsste. Also, man könnte es sich nochmal anhören. Es hat halt keine Chance, die Competition hier zu rucken. Das ist wahrscheinlich auch nicht. Man weiß es nicht. Wir brauchen mehr Mineralien. Wir brauchen mehr Mineralien. Ja, das ist so. Wir brauchen mehr Mineralien. Wir brauchen mehr Mineralien. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. In Norwegen ist auch ein Hauptfinale rausgeflogen. Uns fehlen Mineralien. Wir brauchen mehr Mineralien. Ja, die auch gar nicht so leise. Ich hoffe jetzt doch besser so. Aber ich kann das schon mal sagen, in sieben Liedern kommt, äh, quasi, das, was du als Null bezeichnen wirst. Komm, Stefan Raab. Komm, Stefan Raab. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Uns fehlen Mineralien. Geht nicht. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Wir hatten Stefan Raab und Gildo Horn, glaube ich, auch schon. Ja. Da hatten... War der Halle du da und Nüssecken und Himbeereis? Wir brauchen mehr Mineralien. Wir brauchen mehr Mineralien. Uns fehlen Mineralien. Nein. ich habe dafür brauchen wir aber auch nix das ist das was man dauerlich jetzt regeneraten das ist weiter lieber dafür brauchen wir mehr overlords aber du hast gleich auch mal irgendwie war der gegner rückt unseren drohnen mit insektengift auf die pelle im schwamm cluster ist eine neue königin das war das richtige aber es ist jetzt halt beide hier ist wieder nicht durch jetzt ist abgeschlossen so wie ich die zert kenne brauchen wir dafür uns fehlen mineral ich kann gleich unsere fabi wir brauchen werden auch nicht wenn ich hier stehen eine kiel ausgeboten sind denn so diese tollen wort ins von dem du sprach jetzt nämlich auch oder so ich habe irgendwie unsere basis wird in die zange genommen geht nicht dafür brauchen wir mehr mineralien muss halt auch lieber adepten bauen gegen das hier am back in the island ja eben aber das gefühl das schaffen wir nicht mehr wir brauchen mehr mineralien deine truppen werden angegriffen aber wieder ein engine aushebeln hit me in paris in the chancelis tonight schade macht's gut leute tschüss schade macht's gut i bin Untertitelung des ZDF, 2020